Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9 und wir machen uns heute auf den Weg nach Treno. Wir waren im letzten Part im Torf Thali und haben noch versucht hier und da was zu bekommen, aber momentan geht's halt noch nicht. Bissi später, wir kommen ja noch öfters hier vorbei. Ähm, hallo, ich würde da gerne durch, bitte. Könnt ihr einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch leider nicht durchlassen. Da bitte, einen Passierschein. Hm, scheinst du ja zu haben? Moment, ich mach gleich auf. Dankeschön. So, und weiter geht's mit ein bisschen Sprint, Sprint. Ah, warte, gab es hier, ich glaub hier gibt's nichts Verstecktes, nein. Und wir müssen jetzt da lang. Hui! Und mit Anlaufburg springen, jawohl. Nicht vergessen, hier kurz runtergehen, da ist eine Küste. Mit 1610 Gild. Das ist echt nicht wenig. Hallo, die werten Herren, von hier ist es nicht mehr weit bis Treno. Ja, ich weiß, ich würde gerne durch, bitte. Hö, hier kommst du nur bei heruntergelassener Brücke durch. Den Passierschein, bitte. Hm, alles klar, du darfst passieren. Hey, lass das Tor runter. Ja, geht klar, Boss. Also, sei schön vorsichtig. Jo, dankeschön. Boah, ich freue mich so. Wenn Vivilein wird viel, viel Spaß haben. Mit dem Donnerstock, dem Feuerstock, den Gletscherstock hat er ja schon. Boah, es ist so cool. Wir haben echt viel raushauen können, rausschlagen können. Aber, was ich jetzt gerne möchte, ist ein kleines bisschen trainieren. Ich hoffe, die Gegner sind nicht schon zu stark. Denn, ihr habt es ja gesehen, Lili, Steiner, die haben natürlich nichts abbekommen von den Erfahrungspunkten, die sie da haben. Und sein Team schon hat. Das heißt, sie müssen da ein bisschen aufholen. Okay, das sind die gleich schwachen Gegner. Ich dachte, die wären stärker. Oh, ja. So kann man sich auch mal verdunnen. Na, Fisch. Werden wir trotzdem vielleicht etwas zu kämpfen. Ja. Ich werde das auch nicht stabil sein lassen. Super. Einfach mal ein bisschen, damit sie die Fähigkeiten aufpuschen können. So sind sie gar zu schwach. Ja. Bei der Kraftlinge hat das auch schon funktioniert. Super. Geht's, Steinchen? Äh, Steiner. Wir möchten, ich möchte, ich möchte ihn umrüsten. Wenn es möglich ist, dann schon. Waffenmäßig. Ja. Ach so, na, geht ja nicht. Ich, der Papier, keine Miettrüge, also kein Miettrüge, also kein Miettrüge, Schwert bekommen. Ja. Super. Aber hier vielleicht. Mhm. Den Eisen, ja, den Eisenhelm. Mit Level Up. Das ist sehr schön. Eisenhelm ist gut. Zauberquises haben wir noch. Und das haben wir auch noch. Passt. Ist gut. Wenigstens irgendwas. Das sind spezielle Viecher, die klatscht man nicht. Und die bekommen einen Jadestein, den kann sie gern. Ja. Dann, dann, dann. Dann kriegst du nämlich eine Belohnung, wenn du das dem Geist hier gibst. Na, schau mal. Kriegst schon. Und? Hui. Mal schauen, ob wir noch mehr an möchte, ob ihm einer reicht. Ah, das reicht eben. Dankeschön. Sagt Hallöchen zum Irgendwenn. Das war jetzt zu schnell. Ich hätte jetzt fast Bratkartoffel gelesen. Naja, das wird nicht passen. Seht ihr die Belohnung? AP-Pünktchen gleich 10 Stück. Das lohnt sich. Bitte schaut's einmal. Also bitte, wenn sich die Musik so ändert wie hier, bitte geht's dem Viecherlein Jadesteine. Und darum bin ich so froh, dass wir schon so viele besitzen. Denn sollten jetzt hier noch ein paar von diesen Viecherleins kommen, können wir hier super unsere Fähigkeiten leveln. Was ich noch möchte, ist da ein bisschen um die Ecke gehen. Und dann, da gibt es, ich meine, ich hoffe, ich hab nicht verdammt, da gibt es noch ein Gebäude. Das will mir jetzt sicher, ob wir da rein dürfen oder ob das erst später geht. Ähm, ich hab das, ich weiß nicht, ob das dem es mir gegeben hat, was ich überprüft hab, nicht vergessen. Mhm. Ja. Und ich hätte noch obendrein schauen sollen. Ja, mal gut, so geht das. Ob die Damen und Herren hier etwas anderes zum Anziehen brauchen. Super. Supi, supi, supi. So, also, nochmal nachschauen. Das hat sich jetzt echt was gebracht. Das war jetzt echt ein schöner, schöner Schub. So, Lilline, du irgendwas? Nein, da mal nicht. Kristallarmreif wird auch nichts bringen. Baumwollkleid. Ja, Bronzehanisch, gerne, für die Götterspeise. Wüstenstiefel kannst du noch gebrauchen. Alles klar. Der gute Steiner. Ja. Sauberkürsers ist sofortigst fertig geworden. Okay, aber den Rest kann er noch brauchen. Alles gut. Okay. Weil das ärgert mich so irgendwie eigentlich, dass wir, dass ich, ähm, es nicht geschafft habe, diese blöde Mithril-Klinge, also dieses Mithril-Schwert da zu stibitzen. Das ist echt gemein. So, die Götterspeise findet Stein und Gips. Das nehmen wir gerne. Fertig. Passt. Immer ist irgendwas mit Essen. Okay, da ist gar nichts, glaube ich. Da beim Wald schau ich noch ein Stückchen nach hinten. Das war ein bisschen versteckt, glaube ich. Aber ich denke mal, diesen besonderen Ort wird nur unser Mithril einfügen. Ja, schau mal. Das sind, das ist Gemüse scheinbar. Gefährliches Gemüse. Eisra. Ey, ich glaube, da kann die die schon... Ach so, das war jetzt ein Stückchen. So. Wie? Ja, noch mehr Eisra. Geht schon? Ist schon gut. Ja, ja, ist schon gut. Reicht schon. Zack. Zack. Aushalten und die auch nicht finden. Jawohl, der ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Lebenszwang. Au. Würstel. So, aber ich werde Stipitzen anfangen. Weil, vielleicht habt ihr ja noch ja, die Steine hinweg, sowas. Zack. Und Echo-Claut. Nehmen wir auch gerne mit. Zack. Oh, Kabusch. Und Stipitzen. Eher ein Zelt geklaut. Das ist ja auch supi. Supi, 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 supi. So. Jetzt machen wir die Viecher gar aus. Jetzt haben wir da genug für die Viecher da gespielt. Aber ich glaube, die geben gar nicht mal so wenig EP. Ich hoffe es halt. Das wäre ganz super. Boah, da hat es überlebt. Du hartnäckiges Unkraut. Sonic Bang. Zack. Bravo, Lilly. Bravo, Lilly. Gut gemacht. Ja, wow. Oh, 307. Wup, 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 wup. Lilly Steiner und Markus haben Level-Up bekommen. Wow. Zählt nochmal um 1785 Gil. Das braucht man eh. Ich will nämlich auch mit Absicht noch ein bisschen Geld sammeln, weil, wenn wir in Trenus sind, gibt es dort ein Aktionshaus. Und ich bin auf einen ganz bestimmten Gegenstand scharf. Oh ja, richtig scharf. Na, nicht so scharf. Aber ich will den haben. Ich giere danach. Denn das gibt einer meiner Lieblingsbestien. Später einmal. Und diesen Stein will ich unbedingt haben. Kenner des Spiels wissen wahrscheinlich, was ich meine. Ich hoffe sehr, dass ich die Auktion gewinnen darf. Außer gibt es, glaube ich, einen Erfolg. Ich glaube, 10 Sachen im Auktionshaus gewinnen oder so. Irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das folge Stipitzen gleich weiter. Und Lilly muss jetzt bald zum Heiden anfangen. Zumindest mal den Markus, der schaut schon ein bisschen barzt rein. Wie so ein alter Salat-Kopf. So, booschen. Salat-booschen. Ja, wieder Stipitzen. Ich glaube, damit ich es nicht mehr haben, habe ich jetzt ein Blödsinn gebraucht. Boosch. So, bitte einmal. Hey, das geht nicht. Ach so. Depp mich, blöder. Muss ich das zuerst wegbringen. Ach, was war denn noch das nochmal schnell? Ich glaube, das war mit Echokraut. Ich hoffe es. Seid ihr jetzt bald einmal fertig, ihr Ungeziffern? Unkraut, ja. Was, der ist schon mal fertig? Jawohl, richtig. Das war richtig. Da schei ich jetzt gleich wieder drauf, ne? Da kannst du mir ein bisschen umwischen. Nachglücklich gehabt. So. Die gute Lili. Lili duscht die Bitsi. Aber jetzt kriege ich es wieder drauf, ne? Nachglücklich gehabt. Zack. Und duscht die Bitsi den auch noch. Man kann, glaube ich, auch die Jadesteinchen. Konnte man auch mal kaufen. Da werde ich dann gleich mal 99 kaufen tun. Oder zumindest... Boah, bitte was? Was war das jetzt gerade? Und jetzt setzt man gleich mal flottigst in den Engel ein. Dann sparen wir uns die Königsfedern. So, jetzt kriegt es aufs Maul. Zwei heftigsten. Ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht. Wie kann ich denn nicht? Also, wie geht die? Boah, Steine ist bald mit Trance. So, jetzt muss ich mal schnell hier selbst heilen. Diese Viecher, ne? Sack, der eine ist mal weg. Fast. Jetzt muss der andere auch noch schnell dran glauben. Und wenn es das ausgeht, nochmal einen Stein erheilen. Ich glaube, das geht sich aus. Na, geht's nicht mehr aus. Wir werden uns dann ein Zeltlein gönnen. Obwohl, das geht sich aus. Oho. Super. Sehr gut. Super gemacht. Bravo, Leute. Supi, 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 supi. Jawohl. Markus bekommt Level ab. Und Lilly hat eine Fähigkeit erlernt, meine ich. Wieder über 1700 Gil. Das ist echt viel. Wir werden hier noch ein bisschen leveln. Und ich werde einen heutigen Part wahrscheinlich damit verbringen. Es tut mir sehr leid. Ist ein bisschen langweilig. Ich weiß. Aber erstens, wir skillen brav. Und zweitens, sind wir überhaupt brav. Und drittens, wir sind sowas von brav. Und viertens, Entschuldigung. Okay, ich kann nichts wechseln. Dann muss ich das dabei so lassen. Auf jeden Fall wollte ich das Zelt einmal benutzen. Ist zwar noch ein bisschen zu früh. Können wir noch ein bisschen was machen. Aber du mal zählen. Einmal bitte. Wir haben eh genug. Ja. Also wie gesagt, hier den Wald mag ich besonders gern. Das Eck hier. Äh, speichern? Na. Ich hoffe nicht, dass da das... Oder doch? Na, ist was stimmt. Wenn's hier wieder sich aufhängen sollte, das Spielchen, dann spiel ich einfach bis hierher ungefähr. Das Spielchen, dann spiel ich jetzt in etwa in etwa. In etwa. In etwa. Aber das wär ganz schlimm eigentlich. Dann hätten wir diesen Glatesteinbonus nicht. Ich werd' gleich speichern gehen. Okay, das war so ein dämlicher Vogel. Das war eine Glatesteinbonus. Das war eine Glatesteinbonus. Ja. Ja, dafür kriegen wir auch kaum Gil, weil das war jetzt echt, ja, kein starker Gegner. Ich werd' speichern. Sicher ist sicher. Ich mach' mir da gerade ein bisschen Sorgen. Auf den dritten Spielstand. Da kommt... Na? Da kommt er hin, bitte. So, ja. Ja, jetzt ist mir's leichter ums Herz. Passt. La 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 … Bitte, lass uns wieder diese Böseren, diese Knollen... Knollenviecher sein. Ja, Gott sei Dank. Ich liebe diese Knollenviecher. Die sind echt super. Also, ich hab's bis immer so gespielt. Ich weiß nicht, wie hoch ich, wie hoch wir das ansetzen sollen. Das bin ich gerade echt am Überlegen. Ui, jetzt ist der Steiner sauer. Jetzt hat sie ihn wütend gemacht. Jetzt wird jetzt Meter das Unkraut weggesessen. Jawohl, die Gilly. Du hast gar nicht so deppert grinsen, du Unkraut. Ja, sicher wird auf sie, ne? Phönix-Daune gestohlen. Ja, super. Also echt super, Markus. Echt. Feine Sache. Super gemacht. Echt, zwar. Einmal Echo-Count. Ja. Boah, 999, ne? Zirka ein Zehntel davon, was wirklich möglich ist. Der maximale Schaden betrifft 9999. Also, ja. Da ist noch Platz nach oben. Das hat sie super gemacht, Leute. Wirklich. Steiner, das war echt, echt nicht schlecht. Ram, bam, 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 bam. Yeah, wup, 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 wup. Boop, Lillie, Steiner und Markus haben Level abbekommen. Super. Zelt, Potion und wieder mal die über 1700 Gild. Super. Wenn sie zweimal auf Enter drückt, dann geht die Berechnung schneller. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. So, auf zum Nächsten. Wieder so ein Geist, wäre nicht schlecht. Da gibt es, glaube ich, auch einen Erfolg, wenn man alle diese Geisterchens einmal einen Jahresstein gab, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Entschuldigung. Ich rede wahrscheinlich wieder einen Schluss. Halt, wup, ein Blödsinn zusammen. Yeah, ein Zelt, ich glaube, das ist ganz super. Oha, das muss Lillie dann gleich in der nächsten Runde anfangen zu heilen. Ja, heilen, heilen, heilen. Dusch die Beats, den schon mal. So. Jawohl. Oh, Entschuldigung. Oh, ich stehe lieber noch gar nicht dran. So war so schreck. Jawohl, Echo Cloud ist laut. So, meine Gute. Du heilst schon mal. Fang mal mit dem Sch... Na, fang mit dir selber an. Fang bei dir selber an. So, tusch die Beats den noch aus. Zack, jawohl. Diebstahl fehlgeschlagen. Markus, ich bin enttäuscht. Das müsste ich schon sagen. Ich sage, du kriegst was ab. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Seid ihr Viecher deppert worden. Das ist die Bagage, die dreckigen... Beutere bin ich. Ah, 21, muss ich mal herfassen. Wollte ich nur mal kurz überprüfen, wie viel wir da schon haben. Nur eine kleine Portion, dass die Lili das überhaupt überlebt noch. Bist du doch scheiße. So eine übergezogenen Puppe. Nein, wusste das denn sein? Lili, ja. Unbedingt mit Schwert angreifen. Mach sagasch nieder. Zack. Zack. Boah, der lebt noch. Oh, schon wieder. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass sie eben mit der einen Fähigkeit da... Keine Ahnung. So, falls sie so umkippt, schau sie müde. Da gibt's eh gleich ein Zelt. Dämliches Unkraut, echt. Aber so aus der Dartschkirche. Sonnigiband. Kriegt sicher an den Puppe da. Jetzt wird das sehr wohl umbrackend. Endlich. Sauf ich. Ja, ist sie umgehauen. So aus. Yeah. Wup, 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 wup. Level up. Und, äh... Ja, für Lili, für Steiner. Ich glaube, Markus nicht. Und ein Haufen Fähigkeiten erlernt. Super. Wieder Haufen weiße Gild und Potion. Äh, mh, ah. Wieder mal schauen. So, Frosch im Hals auch noch. Wieder mal schauen. Die Rute können wir tauschen. Okay, zahlt sie gar nicht aus. Na, zahlt sie gar nicht aus. Mütze geht nicht, geht nicht. Bronze, Hanisch. Ja, da bleibt es. Bleibt es eh bei dem. Da geht dabei auch nichts. Der Liebe von uns zu Steiner. Hier hat er noch... Äh, Entschuldigung. So. Da ist... Jawohl. Mütze Fäustling. Gerne. Da ist nichts. Und die Gemeinstiefel hat er noch. Ja, passt. Dann würde ich sagen, wir machen das gleich weiter. Ähm, brauche aber... Ich depp. Ich brauche... Ja, ordnen ist einmal feine Geschichte. Bitte. So, das gefällt mir besser. Wir brauchen Echo-Kräutchen. Einmal, zweimal, dreimal. Und wir brauchen... Die Lilly mit Vita. Einmal, zweimal, dreimal. Passt. Gut, das gefällt mir schon besser. Ja, das gefällt mir schon besser. Ich liebe das Lied. Ich mag das Lied. So, ganz her, ihr ungekraut. Viecher. Ich werde es jetzt nicht mehr stibitzen. Nur zwei. Das ist der Betrug. Die stibitze ich trotzdem... Also, die klaue ich nicht mehr. Die werden einfach jetzt ungerotzt. Die haben eben erst die Liede Steinchen. Ähm, so schnell werden wir die nicht verbrauchen. Also, hauzt die Viecher zusammen. Vollgas. Ja, ja. Du kannst schon draufhauen, wie du willst. Du bist Kerl. So. Passt. Das erste Unkraut ist weg. Und das geht schon nur mit Eis ran. So, ja. Weg mit dem Unkraut. Passt. Super, Burschen. Und Lili. Natürlich. Sehr gut. Ja, das gibt leider nicht ganz so viele Erfahrungspunkte, da ja einer fehlt. Auch beim Gil merkt man, dass es weniger ist. Leider, leider, sagt der Schneider. Ja, ist leider so. Ist halt so. Ist halt so. Hallo, Viecher. Wo seid ihr? Okay. Jetzt hatte ich schon leise gehofft gehabt, dass es wieder so ein Jadestein-Viechlein ist. Aber nein. Nein, nein. Äh, was? Sowas wie hier? Das Verjausen wird doch zu frühstück. Boah, das ist jetzt enttäuscht. Na ja, was soll's. Geht dafür schnell. Yeah. Jawohl. Wup, 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 wup. Markus hat Level Up bekommen. Super. Jadestein bekommen. Augentropfen und ein bisschen Gil. Schön. Der wertvolle, kleine, schöne Jadestein. Super. Ja, jetzt könnt ihr wieder... Ah, da ist sie, die Höhle. Ha. Doch, gefindert. Ich müsste mal mehr die Augen aufmachen. Da geh ich mal kurz rein. Weil das Fernseher geht. Weil da gibt's noch Sachen zu holen. Die Höhle, da ist gemeint. Ja, du und dein Junter halt. Wie? Eh, kein Weg. So, einmal, zweimal. Dann ist eh schon gegessen, das Ganze. Passt. Tschüss. Jawohl, ja. Super gemacht. So, passt. Da wollte ich rein. Ja, Gott sei Dank, es geht. Ha. Quanns Höhle. Richtig. Der Quann. Der Opa von Vivi. Da ist er groß geworden, der Kleine. Beziehungsweise, da hat Opa Quinn ihn aufgezogen. Und, äh, warte, das ging hier irgendwie... Ah ja, zuerst mal darüber. Ich möchte nämlich gern die Trühchen hier holen. Da ist nämlich eine, mit Äther. Und... Da herüben ist einer. Zack, 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 zack. Lauf, 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 lauf. So. Ja, noch ein Äther. Dann hier hoch wieder. Tapp, 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 tapp. Und hier geht's weiter. Äh, wenn du laufen möchtest, meine Gute. Danke. Warte. Das war jetzt nur das Seil gemeint, oder? Ja. Aha. Ja, das Seil. Gut. Jetzt dachte ich schon, da hinten wäre noch was versteckt. Wer hätte das erste Mal? Tapp, 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 tapp. Äther. Da hat viele Äther hier versteckt. Hm? Da steht etwas an der Wand geschrieben. Ein halbes Jahr, nachdem ich W.W. aufgenommen habe. Und er ist immer noch nicht gewachsen. Ja, der Opa, ne? Da hat er scheinbar, also seine Pfanne, ein Ei, da hat er mal Omelette gemacht. Eierspeis. Ist hier noch irgendwas? Da? Da unten im Meer könnte das Schaum sein. Aha, da hat er mal das Abwaschwasser gleich mal runtergeschüttet. Ja, schnell entsorgt, ne? Gibst du der Natur zurück, oder wie? Was haben wir da? Die Uhr ist stehen geblieben. Das Datum ist noch relativ neu. Ungefähr eine Woche, bevor ich Alexandria verließ. Oje. Aber wer hat ihm dann das Ticket geschenkt? Geschenkt der Opa selber, als Abschied? Oh, das ist wieder fürchterlich schlimm und traurig. Oh mein. Der arme kleine Vivi. Das war's doch schon. Nix wie raus hier. So, dann können wir noch ein bisschen... Ich glaube, ein, zwei Kämpfe gehen sich noch aus. Da sind wir für heute schon im Meer an. Ja, Gott sei Dank. Drei von diesen Füchern. Gott sei Dank. So, aufs Maul, ihr schirren Unkraut-Watschka. Biss auf den Stein, aber abgesehen haben die Fücher, oder? Sanik-Bam. Nee, du kannst nicht schön singen. Du bist kein Popstar. Nein. Bam. Wobei der SDS braucht sich auch nicht blicken lassen. Wobei... Natürlich würde die Zuschauer-Koten anheizen. So, Ligilein. Du tust, wenn's geht. Eben, wahren Fuß heilen. So, Unkraut. Geh ein. Jawohl. Sehr brav. So. Wieder auf dem Akkus. Die Hilfspiecher. Das sind ein Wahnsinn. Jawohl. Und Ligilein macht den Schlussstrich. Jawohl. Batsch. Super gemacht. Sehr, sehr gut. Yeah. Es werde Licht, hat der gute Stein erlernt. Ja, hoffentlich wird's Licht. Jetzt müssen wir eigentlich noch drei Kämpfe bestehen. Sollen wir das noch machen? Auf die Schnelle. Wenn's halt drei von diesen Viechern sind, dann hätten wir 30.000 Gild. Es müsste reichen. Für die Auktion. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe sehr, dass es für die Auktion reicht. Könnte aber auch sein, dass dieser Gegenstand erst später ist. Erst später kommt. Wir werden Ceno sicher noch dieses einmal besuchen. Schauen wir mal. Okay, das wird so nichts. Diese Zecke bringt's nicht viel. Sehr gut. Na, dann würde ich sagen, wir enden mal einfach den Part hier. Ganz einfach und unkompliziert. Und wir haben im nächsten Part einfach noch ein, zwei Gegner probieren zu klatschen. Und dann denke ich mal, passt das schon. Also 30.000 Gild will ich haben. Die nehmen wir mit nach Treno. Vielleicht gelingt's uns ja auch schon im Auktionshaus. Ich glaube schon, dass wir dort uns was Tolles kaufen können. Wir werden es erleben. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.